Wir sind bei der Einkleidung hier und das heißt, der Sohn geht bald los. Ich freue mich schon drauf. Die neuen Klamotten abholen und dann kann es losgehen. Extrem cool und ich freue mich schon, die Sachen anzuziehen. Jetzt, wo wir die neuen Sachen haben, kann die neue Saison kommen. Ich freue mich drauf, ich hoffe es auch. Macht es gut. Servus.